Vor ein paar Tagen waren wir bei Mike, dem Fachwerker, und haben den Plan, unseren Thermcube beim Einzubauen weiter reifen lassen. Am Ende des Tages sind wir so verblieben, dass als nächster Schritt eine Heizlastberechnung angefertigt werden muss, um zu prüfen, ob der Thermcube auch ausreichend für sein Haus ist. Um sicherzugehen, dass der Thermcube mit maximaler Effizienz betrieben werden kann, sollte im Vorfeld eine Heizlastberechnung erstellt werden. Bei einer Heizlastberechnung wird ermittelt, wie viel Wärmeleistung eine Heizung liefern muss, um ein Gebäude wohlig warm zu halten. Stark vereinfacht setzt sich die Heizlast wie folgt zusammen. Hüllfläche in Quadratmeter mal U-Werte in Watt pro Quadratmeter mal Kelvin mal Temperaturdifferenz in Kelvin ergibt die Heizlast in Watt. Die Hüllfläche ist eigentlich klar. Das ist die Fläche, die das zu beheizende Raumvolumen umgibt. Ein U-Wert oder Wärmedurchlasskoeffizient gibt an, wie viel Wärme durch ein Gebäudebauteil nach draußen verloren geht. Und das in Wärmeleistung pro Quadratmeter und Grad Kelvin. Vereinfacht könnte man sagen, dass ein U-Wert angibt, wie gut die dämmende Wirkung von Bauteilen ist. Je kleiner der U-Wert, desto besser, denn das bedeutet, dass weniger Wärmenergie durch dieses Bauteil nach außen gelangt. Andersherum gesagt, dass die Wärme besser im Haus gehalten wird. Bei einer Wand ist es beispielsweise so, dass sie aus verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Wärmedurchgangskoeffizienten besteht, wie zum Beispiel Innenputz, Mauerwerk, Volldämmung und Außenputz. Jedes dieser Materialien hat unterschiedliche Dämmeigenschaften in Abhängigkeit vom Material und seiner Dicke. All diese Eigenschaften zusammengenommen ergeben dann den U-Wert der Wand. Also hat jedes Gebäudebauteil wie Wände, Dächer, Fenster oder Türen seinen eigenen spezifischen U-Wert. Es kann vorkommen, dass Hausbesitzer die U-Werte ihres Hauses nicht kennen. In diesem Fall müssen anhand einer detaillierten Beschreibung der jeweiligen Bauteile wie Dach, Außenwand, mit oder ohne Dämmung, Bodenplatte, Fenster, Haustüre usw. die U-Werte bestimmt werden. Wenn auch das nicht möglich ist, können U-Werte nur noch pauschal nach einer Gebäudealtersklasse ermittelt werden. Der letzte Faktor, die Temperaturdifferenz, entspricht der Temperaturdifferenz zwischen der Normaußentemperatur, die für die Region, in der das Haus steht, angegeben wird, und der gewünschten Temperatur im Haus. Das sind üblicherweise 18 Grad in Fluren, 20 in Wohnräumen und 24 Grad in Bädern. Weitere wichtige Informationen zum Gebäude sind die Ausrichtung des Gebäudes in Bezug auf die Himmelsrichtungen und auch, ob Teile des Gebäudes von anderen Gebäuden oder der Landschaft verschattet werden. Somit müssen zur Erstellung einer Heizlastberechnung einige Informationen bereitgestellt werden. Also Grundrisspläne und Gebäudeschnitte, Einlageplan und U-Werte der einzelnen Bauteile wie Außenwand, Dach, Bodenplatte, Fenster, Türen usw. Falls es eine kontrollierte Wohnraumlüftung gibt, muss auch das anhand einer Luftmengenberechnung in der Heizlast berücksichtigt werden. Und das wurde uns von Maik alles zur Verfügung gestellt. Unsere Techniker im Haus ermitteln dann die Heizlast und somit lässt sich dann eine Aussage machen, ob die Leistung des Thermcube ausreicht, um das Gebäude zu beheizen. Und so sieht das Ergebnis aus. Die Gebäudeheizlast entspricht 4.667 Watt. Das ist aber noch nicht die Leistung, die der Thermcube liefern muss. Dieser Wert bezieht sich nur auf das Heizen des Gebäudes. Da die Wärmepumpe auch noch das Brauchwasser aufheizen soll, werden pro Bewohner 250 Watt aufgeschlagen. Bei vier Bewohnern macht das ein Plus von 1.000 Watt. So landen wir schon bei 5.667 Watt. Bei Wärmepumpen gibt es dann noch eine weitere Besonderheit, die berücksichtigt werden muss, und zwar die sogenannten Sperrzeiten. Der Stromversorger kann bei hoher Belastung des Stromnetzes die Versorgung von Wärmepumpen unterbrechen. Um diesen Umstand mit in die erforderliche Leistung der Wärmepumpe einfließen zu lassen, werden nochmal 10 Prozent hinzugerechnet. Also landen wir am Ende bei 6.233,7 Watt, also ca. 6,2 Kilowatt. Und das liegt genau im Leistungsbereich des Thermcube. Was bei der Umrüstung von einer Gasheizung auf die Wärmepumpe auch noch wichtig ist, sind die einzelnen Raumheizlasten. Denn aufgrund dieser Werte kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob die verbauten Heizkörper ausreichend sind. Auch die Heizkörper sind passend. Bei einem Heizkörper lagen wir 90 Watt unter dem Sollen, was nicht viel ist. Hier kann man sich nun entscheiden, ob man damit leben will oder gegebenenfalls den einen Heizkörper austauscht gegen einen Heizkörper mit größerer Leistung oder einen Wärmepumpenheizkörper, der extra für den Betrieb mit litrigen Vorlauftemperaturen, wie sie eine Wärmepumpe liefert, konzipiert ist. Wenn nun bei der Heizlastberechnung rausgekommen wäre, dass die Heizlast zu groß ist für unseren Thermcube, hätte man verschiedene Maßnahmen suchen können, um den Wärmebedarf des Hauses zu reduzieren. Wie beispielsweise die U-Werte verbessern, indem man etwa neue Fenster einsetzt oder die Fassade oder das Dach dämmt. Eine andere Lösung wäre in so einem Fall, die Wärmepumpe neben der bestehenden Öl- oder Gasheizung zu betreiben als sogenanntes Hybrid-System. Bei hohem Wärmebedarf wird die Öl- oder Gasheizung dann zugeschaltet. Um ein solches System zu realisieren, gibt es den Thermcube auch als Hybrid-Variante. Aber darauf müssen wir hier nicht zurückgreifen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Thermcube passt und Mike kann ihn bei sich im Haus installieren. Und das werden wir uns auch anschauen. Bei Fragen rund um das Thema Heizlast und Thermcube, sprich uns einfach an. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es uns wissen und gib uns einen Daumen hoch. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts mehr von uns zu verpassen. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, mach's selbst.